Okay, herzlich willkommen zurück. Heute geht es um die Elektroenzephalographie. Ja, EEG kurz genannt und das ist ein Thema, das hatten wir im allerersten Video schon. Was ihr damit für ein riesiges Potenzial habt. Haha, Wortwitzpotenzial wegen Spannung, ihr versteht, weil man Spannung auf der Haut misst. Nein, tut mir leid. Aber auf jeden Fall, EEGs sind wirklich mächtig und könnten eine unserer interessantesten Zukunftstechnologien werden. Zusammen mit ein paar anderen Dingen, die man auch noch messen kann. Das Problem an der Stelle ist, ich wollte hier eigentlich das EEG-Headset aus dem ersten Video nochmal zeigen und damit dann tatsächlich mit dem ganzen Auslesen von diesen Wellen ein richtig schönes Programm bauen, was leider so nicht funktioniert. Denn die API von diesem Gerät ist leider ein bisschen beschränkt. Die gibt mir im Endeffekt nur an, wie stark ich mich konzentriere und wie stark meine Entspannung ist. Im Endeffekt ist das aber natürlich nicht das, was wir hier haben wollen, weil wir natürlich hier ein bisschen, naja, wir wollen mit rohen Wellen arbeiten, okay? Deswegen mache ich das Ganze jetzt hier in der Theorie. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. So, lasst uns anfangen. Und zwar EEGs sind öfters mal auch so bekannt. Die Dinger sehen furchtbar aus. Ich hatte sowas schon mal tatsächlich bei einem Arzt, auch wenn man bei mir was untersucht hat. Und ja, was im Endeffekt dabei rauskommt, ist sehr, sehr interessant. Und zwar, man kann dort hier tatsächlich aus jedem einzelnen Messpunkt, also die Dinger, die messen quasi das Potenzial, also die Spannung auf der Haut, die elektrische Spannung auf der Haut. Und natürlich ist die sehr, sehr niedrig, aber sie ist vorhanden. Eure Haut ist nicht spannungslos, zumindest am Hirn nicht. Und das geht im Endeffekt einher mit dem Aktionspotenzial eurer Neuronen. Das heißt, eure Neuronen im Gehirn, die arbeiten mit elektrischem Potenzial. Ich will jetzt hier gar nicht genau auf das Biologische eingehen. Das könnt ihr irgendwann mal anders bei mir lernen, hoffentlich nicht. Aber auf jeden Fall, jedes Neuron macht quasi so ein elektrisches Potenzial. Und diese kleinen Dinger hier, die messen das Ganze. Sieht dann folgendermaßen aus. Jedes dieser einzelnen Dinger produziert uns eine Kurve, die sozusagen hier, naja, den Spannungsverlauf angibt. So, und ja, je nachdem, wie viele Punkte ich habe, kann ich das natürlich dann auch besser auslesen. Und das ist ziemlich interessant eigentlich, weil ich damit ja relativ genau sagen kann, welche Gehirnregion gerade aktiv ist. Und wenn wir uns diese Kurve hier mal oder diese Kurven mal so angucken, dann können wir eine definitive Ähnlichkeit feststellen zu dem, was wir schon mit Audiowellen gemacht haben. Denn das ist im Endeffekt genau dasselbe. Das heißt, die elektrische Spannung auf eurer Haut, auf eurer Kopfhaut, die kann genauso verarbeitet werden wie Audiosignale. Und jetzt wird vielleicht deutlich, warum ich eigentlich so viel zu Audio gemacht habe, wobei ich doch am Anfang eigentlich was ganz anderes gezeigt habe. Im Endeffekt ist ein EEG nichts weiter als sehr, sehr viele Audiosignale. Nicht nur eins, sondern wirklich sehr, sehr viele und vielleicht ein kleines bisschen auf anderen Frequenzen. Aber das ist nur so ein kleiner Nebeneffekt. Ja, und wie gesagt, ich kann damit messen, welche Gehirnregionen eigentlich aktiv sind. Im ersten Video habe ich schon gezeigt, dass man nicht nur die Gehirnregionen, sondern auch wirklich sehr, sehr genau sagen kann, was eigentlich gerade aktiv ist, wenn man den Kopf aufschneidet und dort dann was reingelegt. Aber das wollen wir hier definitiv nicht machen. Das ist wirklich nur bei Notfallpatienten, die zum Beispiel, naja, wirklich Gehirnregionen haben, die defekt sind oder so. Da kann man das dann machen. Oder wirklich Nerven haben, die defekt sind. Und da kann man sich dann sowas überlegen. Und auch nur, wenn die Bock drauf haben, bei uns oder bei mir zumindest, bei mir funktioniert zumindest aktuell noch alles. Das heißt, ich habe definitiv keine Lust, mir mein Hirn aufschneiden zu lassen. So, und ja, hier mal ganz kurz zu diesen schönen Gehirnregionen. Fun Fact, eine davon kennt ihr höchstwahrscheinlich, wenn ihr Game of Thrones gesehen habt. Und zwar Brokers Area hier. Das ist die Gehirnregion, die verantwortlich ist für die Produktion von Sprache. Und auch der Grund, die war nämlich bei Hodor defekt, warum Hodor immer nur Hodor gesagt hat. Er konnte alles andere perfekt machen. Er konnte Sprache verstehen. Er konnte alles perfekt machen, was hier abgebildet ist. Nur Brokers Area, also da, wo quasi Sprache produziert wird, die war bei ihm defekt. Deswegen kam immer nur Hodor raus. Ja, die ist übrigens auch absolut bei Pokémon nicht ausgebildet. Falls ihr da mal Interesse drauf habt. Aber ja, da ist auf jeden Fall einiges Interessantes zu finden. Und jetzt kann ich tatsächlich mit diesem EEG hergehen und kann wirklich die einzelnen Gehirnregionen messen. Und zum Beispiel hier hinten kann ich sehen, ob ich gerade am Sehen von verschiedenen Bildern bin. Ich kann zum Beispiel erkennen, ob ich vielleicht gerade blinkende Lichter sehe oder sowas. Das spiegelt sich dann eins zu eins im EEG wieder. Und das ist ziemlich interessant. Das heißt, ich kann ja auch messen, wie aktiv meine einzelnen Gehirnregionen sind. Ja, und das ist natürlich relativ spannend, denn dann kann ich zum Beispiel auch rausfinden, ob einzelne Gehirnregionen bei mir kaputt gegangen sind oder ob die noch funktionieren. Einfach so, indem ich mir so eine kleine Elektrode auf meine Stirn klebe. Ja, und was ich zudem noch messen kann, ist wie, also nicht nur ob sie aktiv sind, sondern wie aktiv eigentlich meine Gehirnregionen sind. Und das, meine Freunde, machen wir beim nächsten Mal wieder. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.